Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Wer sich schon mal mit der Pilzzucht beschäftigt hat, der stellt sich eigentlich schnell die Frage, welche Pilze kann man eigentlich zu Hause züchten? Und um genau das geht es im heutigen Video. Die gute Nachricht zuerst, man kann ziemlich viele Pilzarten zu Hause züchten. Allerdings kommt es immer darauf an, wie viel Aufwand man betreiben möchte. Bei einigen Pilzarten aus den exotischen Regionen der Welt muss man nämlich ganz schön viel Aufwand betreiben, um am Ende erfolgreich zu sein. Relativ einfach funktionieren Champignons oder Austernpilze und andere Seidlingsarten. Ihr könnt auch Shiitake oder Reishi-Pilze zu Hause selber züchten. Schaut einfach mal auf meiner Webseite vorbei, info.fungino.de. Da findet ihr viele Pilze mit den dazugehörigen Zuchtbedingungen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr über das Pilze züchten erfahren wollt, schaut auf meiner Webseite fungino.de vorbei oder abonniert meinen Kanal, am besten beides. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Bis bald.